wichtige änderung in der rentenbesteuerung wird endlich umgesetzt besteuerungsanteil in der rente verringert sich mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de nun liegt auf dem tisch der entwurf eines gesetzes zur stärkung von wachstumschancen investitionen und innovationen sowie steuervereinfachungen und steuer fairness klammer auf das wachstum chancengesetz des bundesministers für finanzen ist veröffentlicht und in diesem gesetzesentwurf das sind über 290 seiten ist unter anderem auch geregelt ich zeige ihnen das mal dass der besteuerungsanteil für die gesetzliche rente sich ändert und zwar will ich steige schon mal in das eingemachte sozusagen ein und hier hat ich mache das mal noch ein bisschen größer für sie dass sie das auch gut lesen können ich zeige ihnen dann auch das was tatsächlich geändert wird zum vergleich zur aktuellen rechtslage in dem paragrafen 22 nummer eins satz 3 des einkommensteuergesetzes wird eine neue tabelle eingefügt und zwar will die aktuelle regierung aus spd bündnis 90 die grünen und die freien demokraten zur vermeidung einer zukünftigen doppelten besteuerung von renten aus der basisversorgung hier die rechtslage ändern und zwar soll die reglung zielt also darauf ab dass der besteuerungsanteil beginnend mit der kohorte 2023 um jährlich nur noch einen halben prozentpunkt ansteigt stadt um ein prozentpunkt mit dem namen kohorte ist gemeint diejenigen rentnerinnen und rente rentner deren renten im jahr 2023 dann auch tatsächlich erst beginnen und dann hat man das begründet mit dem alterseinkünftegesetz das ja im jahr 2005 eine umstellung der besteuerung von renten aus der basisversorgung auf eine nachgelagerte steuerung eingeführt worden sind und das dann sozusagen in abhängigkeit des jahres des rentenbeginns der besteuerungsanteil ab dem jahr 2022 ab dem jahr 2020 jährlich um ein prozentpunkt ansteigt vorher waren es zwei prozentpunkte und das sollte eigentlich praktisch im grunde genommen bis 2040 so gehen und dann hätten wir 2040 eine voll also dann wäre der besteuerungsanteil der rente zu 100 prozent aber bitte immer nur davon ausgehen vom steuerpflichtigen renteneinkommen nicht vom brutto renteneinkommen ja also und mit der änderung die jetzt eingeführt wird wird beginnend ab dem jahr 2023 das betrifft also rentenbeginn 2023 der anstieg des besteuerungsanteils ich lese es einfach mal vor für jeden renteneintritts jahrgang auf einen halben prozentpunkt jährlich reduziert das heißt also für die kohorte 2023 also für die für den diejenigen rentnerinnen und rentner deren renten 2023 beginnt beträgt demnach der maßgebliche besteuerungsanteil statt 83 prozent nur noch 82,5 prozent damit steigt natürlich auch der steuerfreibetrag um einen halben prozent ja das heißt also die rente der rentenfreibetrag beträgt dann nicht 17 prozent sondern 17,5 prozent und diese verschiebung von 2040 in die zukunft bedeutet dass erstmals für alle rentnerinnen und rentner in deren renten im jahr 20 58 beginnen dann der besteuerungsanteil bei 100 prozent liegt und hintergrund der ganzen maßnahme warum der gesetzgeber das gemacht hat sind die urteile des bundesfinanzhofs vom 19 mai 2021 sie wissen das waren die doppelbesteuerungsurteile und der bfh hat in seinen urteilen erstmals die berechnungsparameter für die ermittlung einer sogenannten doppelten besteuerung von renten aus der rentenversorgung definiert und damit die kriterien für die feststellung einer möglichen doppelten besteuerung von altersvorsorge aufwendungen und den sich aus diesen aufwendungen ergebenden rentenleistungen also beitragsleistungen und danach rentenleistungen vorgegeben und das gericht hat damals gesagt zwar nicht in dem laufenden verfahren aber in für viele andere fälle dass aus seiner sicht in vielen fällen doppelte besteuerung von renten vorliegt und deshalb hat der gesetzgeber hier auf reagiert und hat es einfach nicht schleifen lassen und herr lindner hat jetzt hier ein gesetzesentwurf vorgelegt und ich zeige ihnen jetzt erstmal wie die aktuelle rechtslage ist die aktuelle rechtslage ist jetzt noch so nach paragraf 22 einkommensteuergesetz und zwar nummer eins also satz eins nummer eins und dann hier die laufende tabelle läuft das so ab dass wenn sie im jahr 20 22 zum beispiel in rente gegangen sind haben sie im besteuerungsanteil von 82 prozent und für das jahr 20 23 sind es dann 83 prozent das ist jetzt derzeit noch aktuelle rechtslage und im jahr 20 40 die leute die in 20 40 erstmals in rente gehen dann gibt es ein steuerungsanteil 100 prozent und in dem gesetzesentwurf den ich ihnen hier genannt habe und zwar auf seit ja es sich fürchterlich viele seiten sind das ich glaube seite 14 oder so sieht die sache jetzt ganz anders aus ja da haben wir mal die tabelle hier und dann sehen wir hier in dieser tabelle und zwar beginnend ab dem jahr 2023 entschuldigung das ist die falsche tabelle hier hier geht sie los ja hier ist die tabelle die hier geändert wird nummer paragraf 22 nummer eins satz drei buchstabe a doppel buchstabe a a satz 3 ist eine einkommensteuergesetz wird wie folgt gefasst und der besteuerungsanteil für das jahr 20 23 beträgt dann 82,5 prozent im jahr 20 50 96 prozent im jahr 20 24 83 prozent wir hätten jetzt normalerweise 83 prozent aber das verschiebt sich jetzt sozusagen um ein jahr rentnerinnen und rentner deren renten 20 25 beginnen 83,5 prozent das heißt also auch mit dem mit der verlangsamung oder mit der verringerung des der höhe des besteuerungsanteils steigt selbstverständlich dann auch jährlich der steuerfreie anteil für diejenigen rentnerinnen und rentner die in den betreffenden jahren rente gehen für 20 58 sind es dann tatsächlich 100 prozent meine damen und herren ich finde eine ein sehr wichtiger gesetzesentwurf der das umsetzt was der bundesfinanzhof moniert hat ob damit tatsächlich die doppelte besteuerung dann auch wirklich vom tisch ist das wage ich zu bezweifeln und ich drehe dazu auch noch mal ein anderes video weil nämlich wir erfahren haben von höchster hand dass es nämlich nicht so ist aber jetzt freuen wir uns erst mal mit dem neuen wachstum chancengesetz mit dem referenten entwurf der auf dem tisch liegt das hat dass der christian lindner die ftp er in der federführung als bundesfinanzminister die vorgaben des bundesfinanzhofs und die mahnenden worte tatsächlich umsetzt und hier für ein bisschen mehr gerechtigkeit sorgt dass auch für den ein oder anderen vielleicht die doppelte besteuerung dann tatsächlich vom tisch ist näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel